Moin Leute, da bin ich mal wieder, euer Kuno, yeah! Und wir sind mal heute wieder auf Christmastown, yo! Wir gucken mal, was so die Spieler von Le Mania bis jetzt gebaut haben hier. Jo, dann geht's los. So, dann gucken wir mal, ob denn jetzt schon Kekse drin sind. Noch keine Kekse da, oh, sowas. Ah, aber hier ist jetzt ein Schild dran, ach, hier baut die Lähnchen, die Lähn baut ja, mhm. Ach, hier hinten steht jetzt auch noch ein neues. Hier baut der Basti. Aha. Oh, da steht Pilze. So, hier hat man ja den Michi gehabt. Jo. Hier sind kleine Hasenbraten. Hm. Er versteckt sich da. Hier hat sich noch nichts getan. Es wird gerade dunkel. Wem haben wir hier? Ach, das gehört, glaube ich, zu dem... ...Jump Slam. Noch nichts dran stehen, was es da, äh, äh, was es werden soll. Aber hier hängt ein Haufen Kaffeebohnen und Kekse. Vielleicht eine Keksfabrik oder irgendwas, oder Kakaofabrik, irgendwie so. Vielleicht war ja da oben auch ein großer Schlund von... So, wo komme ich denn jetzt hier hoch? Da ein riesengroßer Schlund von Schornstein ist, der da so räuchert, quimt. Könnte bald schon sein. Ich packe mich ja mal schnell ins Bett. So, dass wir hier Tart machen können. Geh auf. So. Oh, hier. Zack. Noch ein hoch, so. Okay. Schnell eine Runde schlafen. Zack. So, da sieht man von oben hier nochmal ein bisschen... ...den großen Schornstein da. Hier habe ich einen kleinen Überblick auf meinen Marktplatz. Ah ja, hier habe ich meine Küche ein bisschen. Zack. Geh. Runter. So. Nochmal. Zack. Hier ist meine Standgebühr drinne, was ich vom Slime gekriegt habe. Da bin ich ja gespannt. Oha. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich habe Goldklumpen und Eisenklumpen gekriegt. Oh, danke schön. Da kann ich mich aber hier ein Brot von kaufen. Und Kekse. Und vielleicht was am Glühweinstein. Stand ausgeben dafür. Mal gucken. Ja. Hey, nöter. Zack. So. Ja, hier hat man ja den anderen Slimey. Den Slime King. Hat auch ein bisschen weitergebaut. Und hier haben wir ja den S-Player. Das ist ja jetzt auch ein Bilder. So wie der Mamsus. Mamsus war der fünfte. Genau. Jetzt habe ich es wieder. Also Mamsus. Jump Slam. S-Player. Snake. Und Mojishin. Das sind jetzt die fünf Bilder auf Lemania. Genau. Jo. Okay. Das war es dann wohl erstmal wieder. Soll ja immer nur eine kleine Runde werden hier. Jo. Ich hoffe es hat euch wieder ein bisschen gefallen. War zwar sehr kurz die Folge wieder. Jo. Dann bis zum nächsten Mal sage ich mal. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.